Schaut mal aus wie ihr euch heute mitgebracht habt. Der neue Shark Akkustaubsauger, der heißt die Tech Pro und das Besondere an diesem Gerät ist hier diese Absaugstation. Das heißt, du musst nicht mehr händisch hingehen und den Schmutzbehälter über den Mülleimer ausleeren, sondern die Absaugstation, die übernimmt das für dich. Du musst dann immer halt in regelmäßigen Abständen natürlich die Absaugstation leeren, aber nicht so oft. Ein weiteres Highlight des Shark Akkustaubsaugers ist dieser Duftchip. Der wird hier in die Station eingebaut und bei jeder Benutzung duftet es dann im Raum nach Blumen. Was uns auch gut gefällt ist, dass der Shark Sauger hier wirklich super leicht ist. Ich stelle mal hier auf die Waage und ihr seht 1286 Gramm und das merkt man beim Saugen natürlich sehr, damit ist das Gerät besonders gut geeignet für die, die keinen Bock haben schwer zu tragen, beziehungsweise vielleicht für Senioren. Schön ist auch das Mini-Tool, das dabei ist. Zack, kann man hier einmal hier schön Fugen aussaugen und dann hat man hier auch diese Köste für ein bisschen schonenderen Umgang mit dem Material. Und so saugt der Apparat. Sieht sowohl auf Hartboden als auch auf Teppichen sehr gut aus. Hier siehst du die Absaugstation. Einfach den Sauger drauf, es geht automatisch los, in wenigen Sekunden ist komplett leer gesaugt. Hat super funktioniert im Test. Das Ganze wird einfach sehr, als dass er alle überall ins wonder´ nicht mehr so gut aus. Oder was wir schauen. Es falou wie entwickelt hat. Oder ist das Plant Curry. Das kannaten nadie? Wasilda?! Was war.